Ja, man stelle sich folgende Szene vor, folgendes Szenario sozusagen, wenn ein Parteimitglied und dabei auch noch hinzufügend ein Vorstandsmitglied eine Hetzschrift über Juden mit lauter Lügen schreiben würde und dabei erwischt worden wäre, wäre jedem klar, dass die Partei sofort diese Personen aus der Partei zu entfernen hat. Die vorliegende Hetzschrift von Wir2020 verbreitet nicht Lügen über Juden, sondern über Next Scientists for Future. Aber die Gesellschaft sollte auf beides gleich reagieren. Warum sollen die einen schützenswerter gegen Verbrecher sein als die anderen? Und ja, also Sie haben es vielleicht gemerkt, in der letzten Sendung ist der Ton abgebrochen nach 58 Minuten und fast zwei Stunden habe ich alles erklärt, habe bin auf jede dieser Lügen detailliert eingegangen. Aber warum sollen eigentlich immer die Opfer von Straftaten quasi der Sache hinterherlaufen? Sollen doch die Verbrecher hinter der Sache herlaufen? Ja? Also ich schildere jetzt nochmal im Schnelldurchgang, ich mache es jetzt also nur in der Ultrakurzversion, gehe ich quasi drauf ein und gucke, dass ich das ganz kurz irgendwie abhandle. Denn ich habe jetzt keine Lust, nochmal zwei Stunden zu reden und alles nochmal zu erklären. Ganz kurz. Also gelogen hier, also in dieser Hetzschrift. Die Lügen. Also mit Dr. Wülker, das ist alles gelogen. Niemand hat je behauptet, er sei Mitglied Wir2020 EU. Dr. Wülker hat sich bei uns genannt als Mitglied Wir2020 DE am Ende. Die zwei sich streitenden Parteiteile sozusagen. Wobei uns dieser Streit ja gar nichts, uns jetzt wiederum gar nichts angeht. So und dann alles, was hier steht, ist gelogen. Sozusagen natürlich hat der Dr. Wülker überall mit teilgenommen und das kann auch nur eine Lüge sein oder es muss eine ganz komische Nachfrage sein. Er hatte, er war bei uns, also ich glaube, ich habe ihn in Talkshows und in Telefonaten, habe ich glaube ich mindestens 15 Stunden mit Dr. Wülker geredet. Und wenn er sich angeblich danach ran nicht erinnern würde, dann ist das aller Wahrscheinlichkeit eine Lüge von diesem Wir2020 Parteimitglied. Und unwahrscheinlicherweise könnte es ein Irrtum oder ein sich vertun oder eine Lüge von Herrn Dr. Wülker sein. Also das, aber das halte ich eigentlich für fast ausgeschlossen. Bei all den Lügen hier ist das der wahrscheinliche Punkt. Und ich zeige es mal kurz hier drüben. Moment, hier. Also man geht hier drauf, Homepage Next Scientist for Future hier, gleich die ersten Links, Live-Ticker-Wahlen. Dann kommt man hier hin und dann zieht man das ein bisschen runter und dann sieht man hier die wichtigsten Sendungen. Dann klickt man da drauf, da kommt man dann hier hin und dann zum Beispiel, wenn man das ein bisschen runterzieht, durch die Sender 1 und so weiter, Gesundheitsreform, Bildungsreform. Überall Dr. Wülker, überall. Und es gibt noch viel mehr Veröffentlichungen. Das sind jetzt, da werden gar nicht mehr alles gesammelt. Aber wer finden will, findet unzählige Talks mit Dr. Wülker und uns und so weiter. Also all diese Lügen, das hätte man innerhalb von Sekunden, hätte man seine eigenen Lügen enttarnen können, wenn man das denn überhaupt gewollt hätte. Ja, das ist ja gerade der Punkt. So, und jetzt gehe ich noch mal darauf ein hier. So, die nächsten Lügen, der nächste Lügenblock. Ja. Ich überfliege es nur, Sie können es ja dann noch mal langsam lesen. Herr Wagner hat niemals menschenverachtende Aussagen getroffen. Dieses Parteimitglied selber hat eine menschenverachtende Mentalität, die ungefähr so heißt. Ich bin so ein Fanatiker von Freiheitsrechten, dass ich im Prinzip nicht will, dass Leute, die Straftaten begehen, bestraft werden oder aus Schutzgründen in geschlossene Stationen kommen, wegen Eigengefährdung und Fremdgefährdung. Diese Freiheitstendenz, hier die Person spricht immer wieder von, ja, also auf jeden Fall kommt immer irgendwie wieder sowas wie absolute Freiheit. Ja, also, und wir haben nur darüber gesprochen, dass wenn jemand Straftaten begeht und Drogen konsumiert und Alkohol konsumiert, dass es besser sein kann, wenn man da eine Strafe verhängt, denn ich habe es auch gerade letztens hier in Köln erlebt, dass ein Richter noch einmal eine Bewährung ausgesprochen hat und ein paar Wochen später hat die Person sich selber totgesoffen, hätte man den in einer psychiatrischen Unterbringung in einer geschlossenen Station untergebracht oder mal wegen seinen Mordversuchen in fünf Jahre ins Gefängnis gebracht und so weiter, dann wäre dieser Mensch jetzt noch am Leben. Also dieses Freiheit über alles, Freiheit auch für Straftaten, Freiheit dafür, dass die Leute in ihren Hausflur kommen und dort ihren Code absetzen. Ja, solche Narrenfreiheit, das ist ein pathologischer Standpunkt, wie er zum Beispiel von Sozialspartlern oft vertreten wird, denn unser Standpunkt ist, wir dürfen die Obdachlosen und so weiter nicht alleine lassen und wir dürfen uns auf der, wir müssen denen helfen, wegzukommen von Alkohol und Zigaretten und dazu haben wir einen Ansatzpunkt immer dann, wenn sie Straftaten begehen und wir können Regelungen einführen, dass wir eben die Belästigungen nicht mehr dulden in der Stadt sozusagen. Wir haben ja sowieso schon Regeln in den Städten, dass wildes Kampieren verboten ist und so weiter. Ja, aber diese Person hier sozusagen, die hat aus meiner Sicht eine menschenverachtende Tendenz, weil sie kein, nicht plädiert wie wir für ein Recht auf Wohnung mit einer gleichzeitigen Pflicht auf Wohnung. Ja, wir plädieren dafür, dass es natürlich in Deutschland Gebiete geben mag, wo man sozusagen völlig frei in Wald- und Wiesengebieten leben darf, aber die Freiheit, dass ich in der Stadt Leute bestehlen darf, überfallen darf, meinen Code überall hinsetzen darf, wo ich will, die Leute belästigen darf, Geruchsbelästigung, Diebstähle und alles durchführen darf, diese Freiheit, die halten wir nicht für sinnvoll, die ist auch therapeutisch nicht sinnvoll, weil das die Leute nicht, den Leuten am Ende nicht hilft. Wenn die Leute vernünftig geworden sind, werden sie oft dankbar sein, dass sie sagen, zum Glück haben sie mich rechtzeitig ins Gefängnis gebracht, sodass ich mich wieder gefangen habe, von der Sucht losgekommen bin und wieder ein anderes Leben beginnen konnte, besonders weil ich ja dann auch ein Recht auf eine Wohnung hatte, das auch wirklich umgesetzt wird von der, von unserer Wohnungsamtreform. Ja, also, menschenverachtend sind nur, ist die Grundhaltung dieser diffamierenden Person hier, ja, dieser, dieser Verleumderin, ja, und das ist eine Unverschämtheit, dass wir uns überhaupt mit solchen, dass man genötigt ist, sich mit solchen Verbrechern überhaupt beschäftigen zu müssen, ne, das ist ja eigentlich ein Unding, ja, warum macht das nicht der Staat automatisch, ja, dass man nur einfach anrufen braucht irgendwie hier, da ist wieder ein Verbrecher und dann einfach den Rest macht der Staat, ja. Also, dann von Herrn Dillen, das ist die nächste Lüge. Ich habe mich niemals dazu geäußert, ich habe, es würde mir völlig widersprechen, ich bin derjenige, der sagt, dass wir nicht leichtfertig in irgendeiner Weise an irgendwelche Enteignungen denken dürfen und so weiter. Richtig ist, dass Frau X, die ist aber selbst Parteimitglied dieser Partei, hat, hat, hat sozusagen eher Gedanken geäußert, wo ich innerlich den Kopf geschüttelt hat, weil das tatsächlich so ein bisschen auch auf eine teilweise Enteignung von eventuellen leerstehenden Wohnungen und so weiter, da eine gewisse, dass da sowas mitschwang, aber das geht mich nichts an. Ich bin ja nicht gezwungen, jemandem zu widersprechen, wenn ich innerlich mit dem Kopf schüttel, ich muss ja nicht zu allem eine Stellung übernehmen. Also, wenn, auf der anderen Seite ist es aber die Partei, wir 2020 selber, die so tendenziell sowas wie drastische Umverteilungskonzepte im Kopf hat, also solche Marxistoiden-Konzepte und sprechst wie leistungslose Einkommen hochbesteuernd. Das ist, das, das klingt nach, sogar das würden wir als bodenständige Linke für übertrieben halten. Also uns ist sozusagen diese Partei zu linksradikal und wir empfehlen also da einen gemäßigteren Kurs. Und dass Frau X da einmal einen etwas radikaleren Gesetz gebracht hat, wo ich also einfach, da wollte ich mich mit ihr nicht anlegen. Also das ist, sie kann ja selbst als Privatperson eine entsprechende Meinung haben. Ja, und dann ist kommen die nächste Lüge, der nächste Lügenblock, ja. Da gab es einen Wahrheitskongress, wo ein ganz berühmter und in dieser Szene hochgelobter Professor Sucharit Bhakti als angemeldet war für diesen Kongress und ein Freund von dem berühmten Dr. Med. Bodo Schiffmann, dem Mitbegründer dieser Partei, sozusagen letztendlich ein Freund von ihm, der Samuel Eckert geredet hat. Und da haben wir gedacht, da habe ich gedacht, okay, da kann ich auch mal auftreten und denen versuchen, so ein bisschen Vernunft beizubringen, ein bisschen Realitätssinn, dass da auch wirkliche, auch bei dem Kongress leider auch wirkliche Spinner geladen waren. Ja, das habe ich dann auch mit Entsetzen festgestellt. Aber wie gesagt, ich habe aufgeklärt in meinem Beitrag und bin für die Wahrheit eingestanden, für naturwissenschaftliche Wahrheiten und nicht für irgendwelche, was war das hier, irgendwelche, was weiß ich, Reichsbürger oder so, die da noch geladen waren. Auf jeden Fall, jedenfalls lauter wirklich sehr weltfremde Leute. Dann wird noch mal gelogen, die Petition hätte Frau X mit dem Profilnamen Wir2020 erstellt. Nein, da hat sie mir jedenfalls erzählt, da war eine Möglichkeit, dass man irgendwas empfehlen könnte oder eine Homepage empfehlen könnte. Und da hat sie halt die Partei-Homepage reingestellt, bei der sie Mitglied ist und hat erst später gemerkt, dass das dann ja möglicherweise irreführend sein könnte. Und dann hat sie, dass so schnell es irgendwie technisch ging, das wieder entfernt. Also immer sozusagen alles immer gleich böswillig, lügend unterstellen. Das ist das Motto dieser Diffamiererin hier. Ja. Die freie Argumento Kultur, die propagieren nicht wir, sondern ein Herr Wagner, der auch schon bei Maischberger war und so weiter in der Talkshow, die Wahl einer neuen großen Volkspartei, auch das ist eine Lüge. Wir hatten angeboten, aus einer der neuen Parteien, auch aus dieser Partei hier, wir 2020, eine neue Volkspartei machen zu können durch unsere Mithilfe. Diese hat aber nichts mit einer SED zu tun, sondern ist genau das Gegenteil einer SED, was hier so versucht wird, verleumderisch anzuspielen. Wie gesagt, da waren Spinner da, zum Beispiel die germanische Heilkunde, da habe ich schon vor 40, 30, 40 Jahren drüber gedacht, dass dieser Hammer eben, ich war damals entsetzt, dass so jemand überhaupt ein Examen als Arzt machen könnte. Also da wird gelogen, hier wird gelogen. Also man kann, sie können sagen, alles was da steht, es ist immer das Gegenteil wahr, sozusagen. Ja, und dann, dann gebärdet sie sich noch, sozusagen, ja, erst wird etwas unterstellt, also wir als Kritiker der germanischen Heilkunde, wir hätten damit irgendwas zu tun. Nur weil die wir das für schlecht halten, hätten wir damit was zu tun, ja. Und, ja, ich lese mal weiter. Ja, wir distanzieren uns genauso. Warum schreibt sie das? Wir distanzieren uns noch viel mehr von all diesem Zeug, ja. Ja, und jetzt, dass das Verrückte ist, jetzt plötzlich wird uns linksextremistisches Gedankengut unterstellt. Dabei ist die Partei, wir 2020, eher linksradikal. Die wird ja in der Öffentlichkeit eher als rechts, als rechte Corona-Leugner-Partei beschimpft. Faktisch ist es aber eher eine linksradikale Partei. Man sieht das ja auch hier dran, dass es eher eine linksradikale Tendenz ist, die aber komischerweise uns fälschlicherweise für noch linksextremistischer als sich selber hält, obwohl wir als bodenständige Linke eher ganz vernünftig und bodenständig sind. Und wir lehnen jegliche Form aller Pseudokommunismen ab, wie man sie kennt, DDR, Venezuela und all so weiter. Und wir lehnen auch jede Enteignung ab. Und wir reden höchstens über einen gesunden, echten Kommunismus, der aber in keinster Weise mit den pseudokommunistischen Diktaturen auch nur die geringste Ähnlichkeit hat. Also ganz gemäßigt, ganz bodenständig. Also das heißt, hier wird mit Lügen etwas aufgebaut und genau genommen Enteignung. Die Einzige, die in diese Richtung geredet hat, war ihr eigenes Parteimitglied. Von uns war kein Wort in diese Richtung jemals und wird auch nie zu hören sein. Denn wir halten das für einen großen Fehler. Denn jede Enteignungstendenz führt zur Abwanderung von reichen Personen und damit zur Verarmung des Landes. Das erscheint uns nicht sinnvoll. Die FRAG-Partei, die soll nicht über allen anderen Parteien stellen, sondern die FRAG-Partei soll dann, wenn diese Parteien wie wir 2020, die jetzt ja schon versagt haben, also die jetzt schon sich unmöglich gemacht haben. Also die Zerstörung von wir 2020 bedeutet ja, diese Partei hat sich hiermit selber zerstört, indem sie sozusagen bei einer Hetzschrift nicht angemessen reagiert hat und sich auch nicht im großen Stil öffentlich entschuldigt hat und so weiter. Und die FRAG-Partei ist das Demokratischste, was es gibt. Das wäre eine ganz normale Partei, nur dass sie eben noch viel basisdemokratischer ist als die Basis, die auch an dieser Stelle noch relativ stark versagt. Also es ist alles Lüge. Alles, was hier gesagt wird, ist immer Lüge. Was soll man dazu sagen? Niemals, auch das ist wieder die krasseste Lüge. Ich habe gesagt in einer Sendung sozusagen, dass ZEG und Tamera scheiternde Experimente seien, scheiternde Kommune-Projekte. Daraus wird gemacht, das sei ein Vorbild für eine neue Gesellschaftsordnung. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die scheitern und kriegen nichts gebacken und das funktioniert nicht. Und dass diese jetzt, früher gab es sehr neutrale Berichte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darüber, dass die jetzt mittlerweile auch verfolgt werden wegen angeblicher Pädophilie, ist uns neu. Aber unsere Haltung dazu ist ja ganz klar genauso problematisch, wie wir es finden, dass die Unterdrückung der Sexualität in der katholischen Kirche dazu führt, dass dann die Priester sich an den Kindern vergreifen sozusagen. Genauso falsch finden wir es auch, wenn solche Projekte wie ZEG, wenn das tatsächlich stimmen sollte, sich auch, weil sie ihre Erwachsenensexualität nicht befreien können, sich jetzt dann auch wieder an Kindern angeblich vergreifen würden, was ja auch eine Verleumdung sein kann. Ich habe keine Ahnung, interessiert mich auch nicht, weil es sich ja sowieso um scheiternde Projekte handelt. Dann würden wir das genauso verurteilen, wie wenn katholische Priester sich an Kindern vergreifen. Also alles Lüge, alles Lüge. Und dann schreibt eben mittlerweile dieser Text, die letzten Texte sind offensichtlich ja von dem Landesvorstandsmitglied Finanzen von Bayern geschrieben worden. Und da wird zum Beispiel hier so ein Satz, hier bist du ganz offensichtlich einer Gruppe von Menschen auf den Leim gegangen. Also geht es noch verleumderischer, die mit allen Mitteln versucht, ins Licht der Öffentlichkeit zu gelangen, als ob es schlecht wäre, ins Licht der Öffentlichkeit gelangen zu wollen, wenn man Deutschland, wenn man Frau Merkel helfen will, Deutschland zu regieren und zu reformieren und ersatzweise sozusagen eine neue Partei unterstützen will, weil es leider nicht sehr leicht ist, einfach mal so ins Gespräch mit Frau Merkel zu kommen. Übrigens hier unten rechts, wie immer, immer grundsätzlich alle Sendungen mit dem rundlichen Ding immer schneller drehen, mindestens 1,5-fache Geschwindigkeit. Ja, und können solche, also einer kleinen aufstrebenden Partei wie der unseren, können solche Verbindungen das Genick brechen. Was dieser Partei jetzt das Genick brechen wird und gebrochen hat, ist diese Hetzschrift. Ja, das ist, das ist eine kriminelle Hetzschrift und ich bin gespannt, was der Verfassungsschutz morgen sagt. Ich hatte vorhin ein sehr gutes Gespräch mit den Stuttgarter Nachrichten, bin gespannt, ob die was schreiben oder ob die DPA was schreibt. Und wir bitten dich, von diesen dubiosen Vereinigungen Abstand zu nehmen. Also dubios ist nur diese Partei. Das ist eine bodenlose Diffamierung und eine solche Hetzschrift. Und dieser Satz stammt ganz offensichtlich von einem Vorstandsmitglied, Landesvorstandsmitglied der Partei, wir 2020. Und anstatt, dass man diese Leute sofort hochkant aus der Partei rausschmeißt, ist bis jetzt nichts passiert. Und diese Diffamierung, die letzten Diffamierungen, hier sind ja von einer Ursula Hepp, Landesschatzmeisterin Bayern-Partei. Und das Schlimme ist, dass der Landesvorsitzende, ich glaube, der heißt Bob oder so ähnlich, dass der das Ganze noch unterstützt ist, ist die größte Unverschämtheit. Also, ich fasse zusammen. Also, noch mal. Diese Sendung handelte, war wieder die neuesten News rund um die Themen, die Basis. David Claudio Sieber, Bakhti, ja, Herr Professor Bakhti, bestehen Sie darauf, dass Sie diese Partei veröffentlicht, dass Sie sich jetzt auch hoffentlich von dieser Partei distanzieren, ganz offiziell sozusagen, denn das geht nicht. Ja, also stellen Sie sich vor, eine Professorengruppierung, bei der Sie wären, wäre jetzt verleumdet worden in dieser Weise und diffamiert worden mit einer solchen Hetzschrift. Rainer Füllmich, also Schiffmann, haben wir schon erwähnt, Köhnlein, Reuter, alles Basismitglieder. Also, liebe Parteien, die Basis, machen Sie nicht den gleichen Fehler, und jetzt sage ich mal, was ist denn eigentlich der Grundfehler von dem Ganzen? Liebe hier Parteimitglieder und so weiter, seien Sie auf der Hut. Bei dem Thema Corona-Krise gibt es einige gute Leute, viele gute Leute, die sachlich kritisieren und trotzdem sagen, wir müssen uns trotzdem an alle Gesetze halten, denn das ist ja das Problem der Demokratie und damit müssen wir alle leben, dass wenn sich die Mehrheit irrt, dann müssen die anderen halt mit diesem Irrtum mitleiden. Geht halt nicht anders, weil das Alternative wäre eine Diktatur, ja, und das wäre nicht besser, sondern wahrscheinlich noch schlechter, und deswegen, und dann gibt es aber andere, die machen sich ihre Gesetze selber, die sagen, ja, die Mehrheit irrt sich, also mache ich mir meine Gesetze jetzt selber und das sind Kriminelle, das sind Kriminelle und dass natürlich die Parteien alle solche Kriminellen in ihren Parteien reinhaben, das ist gar nicht zu vermeiden, dass solche Kriminelle sich da auch reinschlüpfen in die Parteien und hier sieht man ja, dass hier sozusagen eine kriminelle Grundmentalität vorliegt in Wir 2020 und sogar eben zwei Vorstandsmitglieder und ein weiteres Parteimitglied. Das weitere Parteimitglied hat ja diese Hetzschrift begonnen, ein Vorstandsmitglied Bayern hat die Hetzschrift vollendet und der die Krone aufgesetzt, die Diffamierungskrone am Ende aufgesetzt sozusagen und der Landesvorsitzende hat, der Vorsitzende Bayern hat diesen Gesetzesverstoß also noch gedeckt und noch gut geheißen und war quasi noch frech so nach dem Motto, ja, das ist doch, also sozusagen und ich gehe noch mal zurück auf das Beispiel, stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor, ein Parteimitglied irgendeiner Partei und dabei auch noch hinzufügend ein Vorstandsmitglied einer solchen Partei und die beiden hätten zusammen eine Hetzschrift über Juden mit lauter Lügen geschrieben und wären dabei erwischt worden. Dann wäre doch jedem klar, dass die Partei entweder sofort diese Personen aus der Partei zu entfernen hat oder dass die Partei natürlich vom Verfassungsschutz und generell überhaupt überall gerügt wird und dass die Person wahrscheinlich eine Strafanzeige bekommen würde. Ja, aber warum? Ja, wir brauchen eine Rechtssystemreform, denn unser Rechtssystem funktioniert nicht. In einem guten Rechtssystem würde ich jetzt anrufen, bei der Polizei würde mich als, würde ein paar Hinweise geben, die entsprechenden Links und die entsprechende Hetzschrift übersenden und dann wäre meine Arbeit erledigt, weil dann die Polizei alles weitere machen würde, immer nachfragen würde, wenn ihr noch was unklar ist und dann eine Anklage, also sozusagen die Staatsanwaltschaft letztendlich dann ermitteln würde und eine Anklageschrift sozusagen gegen diese Personen, die an dieser Hetzschrift unterstützend oder mitschreibend beteiligt waren oder diese Hetzschrift deckend tätig waren. Und unser Rechtssystem bedarf unbedingt einer Reform, denn es sieht immer so aus, dass die Täter irgendwie immer und dass die Opfer immer irgendwie der Sache hinterherlaufen müssen, dass die Opfer der Straftaten eigentlich immer zweimal gestraft sind. Einmal durch die Straftat und auch dann noch, dass sie dann noch der Sache hinterherlaufen müssen ohne Ende. Warum kehren wir das nicht ganz so nicht um? Dass die Täter, dass die Polizei blitzschnell und die Staatsanwaltschaft blitzschnell hinter den Tätern herläuft und nicht den Opfern irgendwie riesige Arbeiten aufbürdet. Also, und wie gesagt, dass diese Hetzschrift nicht ausnahmsweise nicht Lügen über Juden verbreitet, sondern über die Next Scientist for Future, ändert doch nichts an der Tatsache. Die Gesellschaft sollte auf beides gleich reagieren. Warum sollten die einen schützenwärter gegen Verbrecher sein als die anderen? Ja, also, für uns ist ganz klar, wir lassen uns diese Hetzschrift nicht gefallen. Wir werden das jeden Tag mehrfach schonungslos aufdecken, alles. Und diese Partei darf aus meiner Sicht keine einzige Stimme bei den Wahlen bekommen. Für mich ist es eine Partei des Verbrechens und des Deckens von Verbrechen. und das hat nichts in unserer Gesellschaft zu tun. In dieser Partei und deswegen nochmal, liebe Basis, auch Sie müssen aufpassen, dass bei Ihnen nicht irgendwann mal da auch Verbrecher die Unüberhand kriegen. Es gibt in dem Bereich der sogenannten Corona-Kritiker die guten Leute und es gibt die Verbrecher. Und lassen Sie bloß nicht in Ihrer Partei irgendwelche Verbrecher, irgendwelche Hetzschriften und Lügenschriften machen, denn dann müssten wir Sie genauso kritisieren und das genauso offenlegen wie jetzt bei Wir 2020 sozusagen. Ja, das war es mit dieser kurzen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald. Tagesschau